Viele Jahre baute die Regierung am neuen Landesentwicklungsprogramm LEP. Es soll richtungsweisend sein für eine gleichmäßige Strukturverbesserung im Freistaat. Verkehr, Wirtschaft oder Bebauung. Vom Plan erwarten sich besonders die Regionen neue Impulse. Doch der LEP blieb bis zuletzt umstritten. Trotz über 60 Änderungswünschen aus allen Landesteilen wurde er verabschiedet. Das Landesentwicklungsprogramm, wie es heute verabschiedet werden soll, tritt eigentlich sehr, sehr viel von diesen Vorgaben in die Tonne. Das wird dazu führen, dass eher nach marktwirtschaftlichen Kriterien sich Bayern entwickelt. Das wird den Randregionen, zu denen ich jetzt auch den Bayerischen Waldsmann bezähle, von dem ich komme, wird diesen Schaden und es wird zu einem Überhitzen der zentralen Räume führen. Niemand außer der Staatsregierung will diesen Entwurf. Es wird kritisiert, dass die zentralen Orte nicht überarbeitet worden sind. Das haben wir in der Tat angesichts der Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr geschafft. Aber da ist eine Teilfortschreibung gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, also im Jahre 2014, vorgesehen. Es ist nicht definiert, dass die Schulen in Zukunft eine Bestandsgarantie haben. Es ist nicht garantiert, dass die erneuerbaren Energien zum Erfolg kommen. Es sind die Verkehrsanbindungen zu wenig garantiert. Es ist das schnelle Internet zu wenig garantiert. Es sind teilweise Willenserklärungen drin, aber zu wenig greifbare, konkrete Umsetzungsschritte. Und es ist auch zu wenig Landwirtschaft drin. Und insofern sage ich, dieses Landesentwicklungsprogramm wird gerade den Ansprüchen der ländlichen Räume zu wenig gerecht. Ein anderes Thema bewegte viele Abgeordnete persönlich. Sollen die sogenannten stillen Feiertage dem Partywunsch der Jugend entgegenkommen? Auf Drängen des Koalitionspartners FDP zeigte sich auch die CSU zu Kompromissen bereit. Das Reintanzen in den Feiertag sei für sie kein Sakrileg mehr. Also diese Diskussion jetzt zwei Stunden hin oder her, vielleicht bin ich schon ein bisschen aus dem Alter raus, aber ich habe jetzt niemanden bisher getroffen, der sagt, also diese zwei Stunden sind jetzt absolut entscheidend. Was das mehr an Feiern angeht, aber auch die Frage, ob jetzt damit der Schutz der stillen Tage völlig in den Bach runter geht. Ich glaube, beides ist nicht der Fall. Es gibt genügend Gründe, an der bisherigen Regelung festzuhalten. Und wenn wir einmal hinterfragen, was zwei Stunden mehr an neun Tagen im Jahr bringen soll, ein wirtschaftlicher Effekt kann es wohl nicht sein. Das christsoziale Entgegenkommen bei den stillen Feiertagen ist offenbar gekoppelt mit einem Zugeständnis des Koalitionspartners FDP. Die soll sich gefügig zeigen beim Alkoholverbot auf öffentlichen Problemzonen. Bayerns Gemeinden, so die CSU, sollen den Suff in der Öffentlichkeit trockenlegen. Also das wissen wir doch spätestens seit der amerikanischen Prohibition, dass man mit Verboten diesem Problem des Alkoholmissbrauchs nicht her wird. Also frage ich mich, was soll das jetzt? Wir brauchen positive Anreize für die Jugend vor allen Dingen, die ist ja da in erster Linie gemeint, dass sie halt lernen, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen und nicht an irgendwelchen Plätzen in den Städten rumzuhängen und sich mit Alkohol vollzudröhnen. Es gibt in einigen Kommunen Plätze, die sind besonders brenzlig, was den Alkoholkonsum und die damit einhergehenden Bedingungen eben bedeutet. Und deshalb ist es gut, wenn man den Kommunen hier an der Stelle eine Handlungsmöglichkeit gibt. Wir haben hier überhaupt in der Landespolitik in weiden Teilen die sogenannte Subsidiarität. Das ist vernünftig, dass vor Ort, je nach tatsächlichen Gegebenheiten, das geregelt wird. Es gibt sicherlich auch Orte, wo das nicht nötig ist, dann kann man es gehen lassen. Und dort, wo es sinnvoll ist, soll man es halt machen, je nach Bedarf. Das ist auch gut eine Absprache mit den örtlichen Polizeikräften. Sowohl zu den stillen Feiertagen als auch zum Alkoholverbot in Problemzonen wurde die Abstimmung vertagt. Manche munkeln? Entschieden wird erst nach der Landtagswahl im Herbst. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de